In diesem Video geht es darum, deine Stimme ganz leicht und sanft aufzuwärmen. Ich bin Linda, schön, dass du dabei bist. Lass uns direkt zusammen loslegen. Diese Übung kannst du im Aufrechten sitzen oder im Stehen machen, so wie es für dich gerade und heute passt. Dein Kiefer sollte dabei ganz locker sein. Streiche ihn gerne ein-, zweimal mit mir zusammen aus. Genau. Und achte auch immer während der Übung darauf, dass du deine Zähne nicht zusammenbeißt, sondern schön locker lässt. Wir starten mit einem einfachen... Gleich nochmal. Wunderbar. Starte noch einmal genauso und nimm dann möglichst unkompliziert deine Stimme in einer für dich bequemen Lage dazu. Nochmal. Versuche jetzt direkt mit der Stimme einzusetzen und komme in ein entspanntes Glissando nach unten. Dann wieder rauf. Rauf und runter. Das machen wir direkt nochmal. Variiere gerne mit der Tonhöhe ein bisschen und probiere das ein bisschen aus, mit der Stimme zu experimentieren. Was fühlt sich heute für dich gut an? Wenn du möchtest, kannst du eine kleine Übung daraus machen, zum Beispiel so. Versuche es mit mir zusammen. Lasse dir bei dieser Übung gerne insgesamt ein bisschen Zeit und experimentiere mit deiner Stimme. Toll, dass du mitgemacht hast. Wenn du mehr möchtest, dann schau auch gerne in die anderen Videos rein. Gut zu diesem Video passt zum Beispiel das über den reflektorischen Atem. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.